So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Netzblendid, was mit HIT und wir machen heute weiter mit ein paar, äh, ja, immer wieder alteren Rennen. Wir müssen das Autoname sein aufbauen und, äh, ja, deswegen, obwohl wir fahren mal in der Nacht, komm, wir fahren mal in der Nacht. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen beim Tag noch mal fahren, aber wir fahren die heute auch ein bisschen in der Nacht, wir gucken mal, ob wir noch mal ändern. Aber wir müssen natürlich jetzt nicht vom Level her ein bisschen höher steigen. Das ist gut. Wenn wir die Welt auf jeden Fall die Rennen, dann haben wir heute mit unserem Focky-Tee in der Morning. So, ein neues Auto. So, ein neues Auto. So, ein neues Auto im mediangle Klassen. So, ein neues Auto silicone. So, ein neues Autoость. Woollabit! dep Mal gucken, ob wir heute wieder ein bisschen Kopf kriegen. Oder haben sie uns heute mal in Ruhe lassen? Außen schon, ich habe schon wieder eine, aber... Ach, gekocht. Ich habe schon wieder eine, aber ich habe schon wieder eine, aber... Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch nicht okay wer hat uns gerade nicht mitgeschnitten bei den quadraten hat er mitgeschnitten und oder Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wo sind sie denn? Ich bin tatsächlich immer ein Gegner und nicht von mir. Aber wir müssen ja nicht erreicht sein. Ich habe schon gesehen, dass er vorhin jetzt... Jetzt müssen wir nie was! Ich bin hier in einem Ford GT dran. Das wird eine Jagd dieser Racer nicht zu schnell vergessen. Haben das alle mitbekommen? Unsere Zielperson fährt offenbar ein Ford GT. Tja, aber der scheint ja auch gekommen zu sein, der Kollege. Hierigos! Jetzt wird er richtig glücklich. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hier eine Garage finde. Ich habe die Gitarre. Ich habe die Gitarre. Ich habe die Gitarre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020